Yo Leute, hier ist wieder euer Tigi Baum und heute öffne ich mal wieder zwei Booster der Metatext 1112. So. Hier nochmal die Verfügbarkeitsliste, wenn es scharf wird. Jetzt. So. Ich bin schon oft auf den Fall getreten, dass nicht in allen Tachungen Sonderkarten beigelegt sind. Das ist schon sehr oft. Und hier haben wir eine Powerkarte. Nein, nicht. Augsburg-Angriff. Ich mache das so, ich zeige jetzt alle Bays und so. Und am Schluss mache ich beide Powerkarten, wenn ich überhaupt zwei habe. Lars Stindl, Martin Harnig, Wesley, Badstuber und das zweite Pack. Keine Powerkarte. Also, da haben wir noch. Nehmen wir einfach noch zwei Stücke dazu, weil ich finde alle Powerkarten für ein Opening, von wo ich eh noch so viele Booster habe, ist etwas wenig. Naldo, Kroos, Hermann, Trapp und Jude. Und Nando Raphael Star-Spieler, ich glaube, der fehlt mir sogar noch. Okay, ich gehe jetzt nicht mal mit diesem Booster weiter. Ich muss irgendwann mal auch noch einen saven, aber es klappt nicht so. Spielregeln, Respekt sonst auch. Jaroslav Drogny, Freis, Drobrak, Ter Stegen und Kuemaha. So, dann der letzte Booster. Da haben wir eine gute Karte. Matchwinner. Middelfeld, Lutgart, Bays. Andreas Beck, Hertha Bays, Zyklubkarte. Rosenberg, Raffin, ja. Oh, Christian Gettner, Matchwinner. Schick, schick. Zwei Powerkarten aus vier Booster. Eigentlich sogar zwei coole Powerkarten. Also drei Sterne, der andere vier, na gut, von den Sternen ist die Wertung jetzt nicht so gut. Ähm, okay, ja, also, diese eine Karte und die hier haben wir bis jetzt denn. Das sind wir bei zwei Minuten vierzehn. Zwei Minuten vierzehn. Leute, das ist dann langweilig. Und deshalb auch, wenn es jetzt irgendwie doof kommt, öffne ich noch einmal zwei Booster. Ich habe jetzt, glaube ich, da noch 98 oder 96 Stück. Das sieht gar nicht aus. Stark hatte. Okay. Ibizovic, Lustenberger, Fritz und Alaba Rookie. Und wir haben Raouls Darspieler. Das mache ich mit dem letzten Pack. Das ist natürlich jetzt doof, wenn das wieder ein Basepack ist, aber dann ist es so. Ey, komm, das kann ich jetzt saven. Das war jetzt ein guter Anfang fürs saven. Und wieder eine Powerkarte. Ist das nicht nur ein Match? Nein, wir haben wieder eine Star-Karte oder ein Top-Transfer. Christian Lell. Kyle Spocker, Barrios und Martip. Und wir haben Thomas Packard. Top-Transfer. Also sechs Booster, vier Powerkarten, drei Star- oder Top-Transfer. Also zwei Star, ein Top-Transfer und ein Match. Das ist eigentlich eine sehr gute Ausbeute. Hier, wieder alles verwüstet. Und da die Base. Alles voll. Und das war's dann halt auch schon wieder von mir. Ich gehe jetzt zum Laden und kaufe mir Ü-Eier von der WM. Und die werde ich dann in meinem nächsten Video eröffnen. Schaut's euch an. Bis zum nächsten Video. Euer Shiggy Barhaut. Ciao.